Scheiße Alter, ich hasse diese Sendung. Was ist los? Halt's nochmal jetzt. Das ist richtig krank. Das ist richtig gestört. Schreibt euch alle wieder, da sitzt man. Dass sie nicht eine Tasse im Schrank hat, das wissen wir ja. Deswegen ist sie auch unterhaltsam. Ich ziehe dir eine Mordshow ab und da platzt mir gerade die Hutschnur. Du Kackeule! Du bist doof. Du bist krank in meinem Augen. Diese Melanie Müller geht einfach gar nicht. Das ist Schluss, wirklich. Das ist das Allerletzte, dieser Mensch ist das Allerletzte. Das sind richtig gestörte Menschen. Das ist unvorstellbar. Da packe ich mir einen Koffer. Musa.